Rubisch kann mit Drucksituationen umgehen. Als Spieler wurde er 1980 Europameister, zwei Jahre später Vize-Weltmeister und gewann 1983 mit dem Hamburger SV das Finale der Landesmeister. Als Trainer holte er unter anderem 2009 mit der Ju21 die Europameisterschaft. Die Allzweckwaffe des DFB lebt vor dem Finale in Reykjavik gegen Island die Gelassenheit vor, es gibt immer Druck. Wenn ich nach Hause komme, kriege ich immer Druck, scherzte Rubisch vor Journalisten. Bei seiner letzten Trainerstation, bevor der 67-Jährige Ende des Jahres in Rente geht, versucht Rubisch die Situation herunterzuspielen. Dabei steht die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft vor der größten Krise ihrer Geschichte, knapp ein Jahr nach dem bislang letzten Tiefpunkt, als die Elf unter der damaligen Bundestrainerin Steffi Jones im Viertelfinale der Europameisterschaft in den Niederlanden ausschied. Einen Punkt stehen die DFB-Kickerinnen derzeit in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich hinter den Isländerinnen. Ein Sieg muss her, sonst droht der Gang in die Playoffs. Und die haben es in sich, die vier besten Gruppen zweiten kämpfen dort um ein letztes WM-Ticket. Die Gelassenheit des Bundestrainers scheint seine Spielerinnen anzuspornen. Es ist ein Riesenspiel, ein Entscheidungsmatch, das sich wie ein Finale auswärts anfühlt, freut sich Torhüterin Almut Schult vor dem Island-Duell. Die Partie wird eine echte Prüfung und ich blicke Prüfungen immer freudig entgegen, weil wir die Chance haben, sie zu bestehen und gut abzuschneiden. Die DFB-Frauen wollen unbedingt ein Ergebnis wie im Hinspiel vermeiden. Unter der damaligen Bundestrainerin Steffi Jones verlor die Nationalelf in Wiesbaden mit 2 zu 3 gegen Island. Ich gehe davon aus, dass das eine Eintagsfliege war. Ein zweites Mal wird das nicht passieren, verspricht Rubisch. Die Statistik spricht für die Deutschen, die Niederlage im vergangenen Oktober war der erste Punkt Verlust gegen die Frauen von der Insel aus Feuer und Eis in 14 Spielen. Für die Isländerinnen wäre ein Erfolg gegen die DFB-Elf mit dem größten Erfolg ihrer Geschichte verbunden. Noch nie war der Fußballzwerg bei einer Frauen-Weltmeisterschaft dabei. Der größte Erfolg ist aktuell noch Platz 2 beim Algarve Cup im Jahr 2011. Das Endspiel gegen Island ist für die Mannschaft von Horst Rubisch jedoch ein Kaltstart. Die Bundesliga startet erst Mitte September. In einem dreitägigen Mini-Trainingslager hat sich das einstige Kopfball ungeheuer ein Bild von seinen Spielerinnen gemacht. Wenn er am Sonntag auf den Platz stellt, wird sich Rubisch genau überlegt haben, denn geht die WM-Qualifikation in die Verlängerung, verschiebt sich auch sein Ruhestand nach hinten, ansonsten droht Streit mit der Ehefrau. Wenn ich jetzt nicht aufhöre, habe ich ein Problem. Dann lässt sie sich scheiden. Seine Nachfolgerin steht bereits in den Startlöchern, Martina Forst-Häcklenburg übernimmt nach Rubisch. Vorher will sie aber noch die Schweiz zur Weltmeisterschaft führen. Auch für die 125-malige Nationalspielerin stehen gegen Schottland und Polen noch zwei Endspiele an. Ansonsten droht auch der Schweiz der Gang in die Playoffs. Und dort könnte Forst-Häcklenburg mit der Schweiz ihre eigene Teilnahme an der WM mit Deutschland verhindern. Stand 31. August 2018, 8 Uhr.